1 1 Komm Ich bin behindert mhm Da lief das so gut. Ich hoffe, mein... Ist es irgendwie jetzt gleich? Oh, das ist genau gleich. Wunderhübschig. Oh, da ist es nicht ganz gleich. Oh Mann, jetzt habe ich Neverwinter zum zweiten Mal geöffnet. Ich will das doch nicht. Ich weiß es nicht, es ruft nach mir. Danke. Oh, wow. Das war unnötig. Da gefangen zu werden. Und dann noch ein Ding runterzufallen. Im Grunde bin ich, weil ich... Weil ich den... Generell am Anfang habe ich einen Fehler gemacht. Weil ich irgendwie L zu früh gedrückt habe. Und deswegen bin ich ins Wasser gefallen. Und deswegen habe ich den Steinwerfer-Cycle falsch gemacht. Und... 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 Dann... Da ich das der Steinwerfer-Cycle scheiße war, bin ich gefangen aber auch. Und dann habe ich mich versucht zu beeilen. Und dann bin ich da runter gesprungen. Und das war halt die ganze Zeit weg. Mhm. Statt, dass ich einfach solide gespielt habe. Nee, ich habe versucht mich zu beeilen. Ich habe dann gar nicht mehr richtig vergessen. Und... Ist mein Spiel schneller? Na, ist immer falsch. Und in meinem Titel steht sogar noch Reset. Und ich hoffe, wir essen bald nicht. Äh, am schlimmsten Fall essen wir. Ja, das ist blöd. Wahrscheinlich essen wir. Dann muss ich wohl länger... Äh, später essen. Ich... Ich mache jetzt hier... Ich ziehe das jetzt durch. Das... Das hier ist definitiv No Reset. Oder wenn, dann wäre es No. Also wenn, dann beende ich das Stream. Boah, ich fange nicht nochmal von vorne an. Nö. Glaub mal, irgendwie ist es wieder desynchron. Hallo, das Video... Das PB-Video ist wieder schneller. Also... Wie kann das PB-Video wieder schneller sein? Wegen... Äh... Das war eben gleich. Stimmt, das ist schneller. Naja... Stimmt, das ist schneller. Dann... Dann... Na doch, natürlich. Ist klar. Na, jetzt mal spielen wir sie schon. Sollte das mal wiederkommen. Na, jetzt mal wiederholen. Na, jetzt mal wiederholen. Mein Schiff ist mal ein kleines Erachter. igoen, dann müssen wir es wiederholen. Ich glaube, ich fange an, den Anfang zu hassen. Ja. Der Anfang ist echt nicht spannend. Der Anfang guckt gar nicht mehr zu. No. No. Das ist Fairy. Hallo Fairy. Hallo. Genau. Ich habe mich jetzt schon wieder richtig vorgeschrieben. Oh, der Anfang ist auch so blöd. Dann macht er vor dem Finger weh, weil du jetzt so viel meschen musst. Hm. Ganz scheiß Textbuch so weg meschen. Ja, aber für China. Mein Ball. So hoffentlich mache ich diesen scheiß Fehler mit dem Teleskop nicht mehr. Ja. Das war dumm. Mhm. Ja, war alles richtig gemacht. Das war sogar extrem quickscoped. Bei. 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 Ich hätte vorher nicht gewusst, ja das ist, oder? Ich hätte einfach weiterspielen sollen. Weil ich hätte noch so viel Zeit einholen können. Hättest du, aber... Naja, das ist zu spüren. Naja, ja. 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 Das ist okay gewesen. Das ist okay. War da gerade ein gelber Rubin? Ja. Wie viel bringen die? 20 glaube ich, oder 10? 10. Ich kann mich irgendwie nicht an gelbe Rubine erinnern. Doch. Wobei die Farben sind von Zelda-Spiel zu Zelda-Spiel ein bisschen anders. Ja. Nicht mehr gleich. Traurig. Boah, aber ich hab ziemlich viel Vorsprung. Wobei mein PC gerade irgendwas lenkt. Das ist ziemlich blöd. Ich bin ja eh so ein Einzelfall mit den Streams. Ja. Oh Gott, Vieh griffen sich an. Okay dann. Ja. 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 Oh man, wie shit. Oh, hab ich viele Rubine. Was, das viel lebt noch? Oh mein Gott. Stirb doch einfach. Wie blöd. Ich bin so schlecht grad. Aber ich hab extrem viele Rubine. Ich bräuchte 36, ich hab irgendwie 41. Mhm. Weil ich hatte viel mehr Vorsprung, jetzt hab ich alles verloren. Äh, nicht alles, aber ziemlich schön. Sind das jetzt 11 Sekunden, oder was denkst du? 7, glaub ich. 10 wieder. 10 wieder. Oh. Ungefähr. Also ich hab grob mitgezählt. Ungefähr. Warte mal, ich zähle noch mal. 3. Ja, um 9 etwa. Schau dir vorhin da nicht mehr um. Aber dann hast du was dummes gemacht. Aber dann hast du was dummes gemacht. Hm. Ich klicke davon. Ja, und könnte Textboxen sein. Hier müsste es eine kleine. Ich weiß nicht mehr, ob ich direkt klicken muss. Ich muss einfach... Also text boxen. ... ... ... ... ... ... ... Heeey! Ich bräuchte keinen einzigen grünen Rubin, also. Mhm. Was? Oh, toll. Ah, shit, shit, das hat halt gekuscht. Ah, ich hab mit meiner Mutter überredet. Ähm, irgendwie meinst du, wenn irgendjemand anruft, soll ich das Telefon abnehmen und rausbringen. Toll. Wunderbar wäre, dann mit dem Speedrun ein Telefon abzunehmen und rauszugehen. Ja. Ja. Warum nimmt sie es nicht einfach mit raus? Äh, gut, warum? Weil sie es kann. Ich merke schon. Das ist doch schon ganz... Naja, egal. Ich brauch keinen Vorsprung. Keinen Fehler machen reicht mir eigentlich. Hm? Keinen Fehler zu machen reicht mir eigentlich. Aber die ganzen Fehler hab ich erst ganz spät gemacht, das ist mein Problem. Die hab ich eigentlich erst ab Drangos Kevin gemacht. Oder am Ende von Drangos Kevin. Hm. Das ist aber derzeit koschig. Wobei ich hab noch 5, 6 Unwirkungen. Hm. Ich lernte los aus, als er zu gerne hat mir gesagt weil ich habe einen Denken, zu schrein wie Moh po. Mس du, immer kann ich, roh, ein respekt, Das war's. Okay. Kuchen. Nein, Alpaca. Aber Kuchen. Das ist jetzt dein Pech. Wieso? Weil wir diesmal Alpaca heißen. Aber Kuchen. Kuchen ist dann doch irgendwie epischer als Alpaca. Tch. Ja, das kommt hin, guck mal. Ja. 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 Ahhhh, Fehler. Ich bin wohl da gefordert. Egal. Egal. Scheißegal. Baka. Ah, Dreck. Wobei, ich bin nicht immer weit hinten dran. Ja, geht. Und wow, jetzt rede ich jetzt weiter mit dem... Oh, ich konzentriere mich grad zu grad. Ich sag nur schlecht was ich glaub ich bin. 13 Sekunden sind dran. Wow, ich konzentriere mich grad gar nicht. Noch mehr Zeit für Kartoffeln rum. Was ist die Konzentration einer... Kartoffeln. Nein, Kartoffeln. Okay. Egal. Man kann noch so viel rausholen. ... 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 Wieso spiele ich so schlecht? Es war so perfekt eigentlich. Es war so komplett fehlerlos. Eigentlich schon, bis auf diese doofen Dings da ist. So viele Fehler. Eigentlich häng ich grad noch mehr hinten dran, als wenn ich gefangen wurde, als wie letztes Mal, oder? Ich glaube, ich häng noch mehr hinten dran. Kann ich nicht einschätzen. Aber wenn, dann hängt sich Glückwunsch. Wow. Fuck, das ist die Pflicht nicht dran. Oh Mann. Drecksshit. Naja, es gibt noch überall Möglichkeiten, hier wieder aufzuholen. Oh ja ja, ich bin sehr 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 hinten dran. Viel mehr als letztes Mal. Ja, heftig. Mein Beinleid. Könnte schon so ziemlich ne Minute sein mittlerweile. Und jetzt wäre ich wahrscheinlich gefangen und dann ist eh alles rum. Das ist echt ne Minute. Das ist echt ne Minute. Ich kann, ich könnte rennen. An Zeit sparen, aber dass es mir jetzt zu ist, geht. Hier habe ich Zeit gespuckt, glaube ich. Oh Mann, da mache ich so. Das ist ein dummer Fehler. Was ist es? Oh Mann, da mache ich so. Ich gehe nur über das, ich sage schon einmal. Oh Mann, da mache ich es. Oh Mann! Oh Mann. Oh Mann. Was ich? Oh Mann. Oh Mann. Oh, wow. 46,5 Sekunden. Aufholbar. Wenn du jetzt nicht noch was dummes machst. Ich denke, mein DRC war auch ziemlich scheiße in meinem PIVK ja schon. Stimmt, da hatte ich ziemlich zu viele... Ja, da bin ich sogar... Ich bin doch in die Lava gefallen einmal. Und da bin ich sogar runtergesprungen bei einem Vogel. Ja, mein DRC war scheiße. Stimmt, mein DRC... Da habe ich drei Minuten alleine beim DRC verloren. Ja, ich kann doch aufholen. Drei Minuten bei DRC verloren. Ja, ich kann doch noch mal drei Minuten aufholen. Super Swim kann ich aufholen. Und ich kann noch mal drei Minuten aufholen später. Also, das ist nur noch einiges verloren. Ist ja blöd, dass ich jetzt schon mit 46 Sekunden... da bin ich mir sicher, dass ich keine so große Fehler mache. Weil ich habe es gestern sogar falsch gemacht, das ist deutsch. Ich habe versucht runterzufallen. Und an der Stelle, wo ich versucht habe, runterzufallen, kann ich gar nicht runterfallen. Mhm. Und da war echt ewig dran kommen. Und wenn man könnte runterfallen, dann hätte man Bomben. So wie ich die mir leiden das jetzt macht. Und da war echt. Ja. Und da war ich. Ich habe eine große Rolle. Und da war ich. Und da war ich. Und da war ich. Und da war ich. Ich habe dich, dass ich die Schmerzen nicht verletzen kann. Und da war ich. Oh, soviel Text der unnötig ist und nervt. Wobei mein phobieter Wurzgeschen auch perfekt war. Oh ne, jetzt klingt das Telefon. Nö, wir schlossen ihn mit ab. Ganz ehrlich. Schwachsinn. Ich hör's nicht. So, es ist ziemlich leise. Oder hör's? Ah, ja ich war's. Ich hab's jetzt ein bisschen Zeit gespielt. Ich hab's jetzt schon nie komisch gemacht. Haha. Ich hab's jetzt ein bisschen Zeit gespielt. Ich hab's jetzt schon nie komisch gemacht. Haha. Ja, ja. Meine Mutter kommt. Also, kann sein, dass ich da mal kurz weg bin. Okay. Mhm. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, wie blöd. Ich kann mir hier noch irgendeine Zeit einholen. Ach, hier kann ich Minimalzeit einholen. Vielleicht denke ich schon falsch gespielt habe. Okay. 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 Thanks. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wieso war das gerade kurz auffallen? Hätte es nicht sein dürfen. Hm. Egal, ist wieder da. Okay, das war auch ein bisschen schneller als ein MW, glaube ich. Okay. Ich dürfte jetzt mittlerweile vier, fünf Minuten verschwunden haben. Ich denke mal, vier dürfte passen. Mhm. Also musstest du in zwei Minuten das Dekupert haben. Das kommt ungefähr hin. Was, in zwei Minuten? Willst du mich verraten? Mhm. Oh, stimmt. Okay, er könnte hinkommen eigentlich. Ist nicht unrealistisch. Ich bin kurz vor dem Dekupert. Oh, das ging schnell. Ich ziehe wieder mit der Donne. Aber das ist egal. Ich denke, er hat drei Minuten mich vom Dekupert. Oh, der Sound und alles ruggelt stark. Irgendwas macht mein PC hier. Er ist böse. Genau. Aber hier gleich spare ich dann auch nochmal drei Minuten, weil ich, wie gesagt, die Scheiße ausgebaut habe. Uh, die Dinger sind auch rosa. Oh, wie geil. Guck das an. Die sind rosa. Ich sehe noch nicht. Ach, die Blättchen. Ja. Die haben wir nicht mal rosa gemacht. Wir haben nur unser eigenes Blatt rosa gemacht. Aber irgendwie sind die jetzt auch rosa. Das sieht ja cool aus. Und das auch. Wir haben die Blättchen rosa gemacht. Das war nicht im... Also, Geisha war es noch nicht so, was haben wir heute gemacht. Das ist echt cool. Wobei leider mein Forbidden-Woods extrem gut war im MPB. Und wenn ich es sogar falsch mache, dann kann es sein, dass der Run sogar tot ist. Hm. Also, ich hoffe, dass ich da nichts großartig mache. Das ist das Grün. Warum immer. Oh, und das Sound hängt... Ich glaube, das Spiel hängt auch ein bisschen. Oh, blöd. Hm. Hallo. Ich treff hier nicht. Ich bin durch Zeit gekoscht. Hm. So, mach ich Bulb-Skip. Ich versuch's. Ja. Nein. Ja, nein. Ja, nein. Nein! Ich hab's versaut! Das hat mich ewig viel Zeit gekoscht. Scheiße. Hm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was hab ich gemacht? Oh, wie blöd. Okay, ich mach den Bulb-Skip nie wieder. Oh, wow. Das Spiel hat mich gekoschtet. Das hat mich auch zwei Minuten oder was gekoschtet. Ne, aber war keine zwei Minuten. Aber eine Minute. Oh, wie blöd. Sehr blöd. So dumm. Das Problem ist, du musst das perfekt alignen innerhalb von kürzester Zeit. Ja. Und ich dachte, ich hab's perfekt aligned, aber das war minimal falsch. Oh, ich hab sogar Zeit verloren. Obwohl ich das Superswim richtig hingekriegt hab. Das ist heftig. Okay, aber jetzt kann ich Zeit entholen. Ah, rosa Blatt. Das ist so toll. Das ist noch Zeit reinholen. Wow, der Sound ist sowas so kaputt mit, Leute. Das Spiel hängt so rum. Oh, warte, ich muss equipen. Äh, boom. Ne, was muss ich equipen? Äh, gar nichts muss ich equipen. Oder? Ne, ich muss überhaupt nichts equipen. Keine Ahnung, was ich hier grad gelabert hab. Wow, Spiel, warum hängst du so rum? Wird ja auch so ein komisch kaputtes Sound. Ist ja eklig. Hm. Ja, das könnte klappen. Hoffentlich mach ich's nicht falsch. Hoffentlich mach ich's nicht falsch. Ja, ich hab's schafft, ich hab's schafft, ich hab's schafft. Komm, 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 komm. Spiel, please. Please. Bitte. Jetzt hier rechts vorbei. Und dem Vieh. Okay, passt. Wunderbar. Extrem viel Zeit angesprochen. Jetzt brauch ich noch 6 Minuten ungefähr. Von hier aus. Und da waren's 10 Minuten. Weiß nicht mehr. Ich glaub 10 Minuten waren's. Oh wow, aber das Spiel hängt so blöd rum. Wenn's Spiel rum hängt, ist das natürlich sauber blöd. So. Jetzt muss ich alles richtig machen. Oh oh. Okay, hat funktioniert. Das ist einer der wichtigste Tricks. So, das funktioniert. So, das funktioniert. Warum hängst du so rum? So, hier kann ich auch nochmal Zeit entsparen. Hab ich jetzt schon mal Scheiße gebaut. Bzw. ich kann da dann einen Trick machen. Okay. Hat funktioniert. Mhm. Hat funktioniert. Okay. Habt ihr auch so gute Sound? Ich hab's ausgesprochen. Okay, ich hab's deutsch. Extrem früh. Fuck. Äh, das ist irgendwie nicht so gut. Okay, das war komisch. Weil das fiel mich früh... ...seit ich versucht hab zu fressen. Aber es war... ...nicht so schlimm. Ich dachte, oh mein Gott. Hier trollt mich grad irgendwie alles. So, hoffentlich trollt mich das Dick nicht. Jetzt kann eigentlich auch fast nichts mehr schief gehen. Außer, dass das Dick mich trollt. Das Dick trollt mich. So, ich muss runter in den Stick holen. Alter, der Sound ist so kaputt. Gibt mir irgendeinen Stick bitte. Der Sound ist so kaputt grad. Wie gesagt, ich glaub auch, dass es langsam mal läuft zu spülen. Der Sound ist so kaputt. Das ist so kaputt gerade. Der Sound ist so kaputt. Der Sound ist so kaputt. Shit. Was macht man wenn man hier runterfällt? Oh, ich seh was ich machen kann. Alles andere als gut. Emulator hängt, Spiel hängt, alles hängt. Er leckt mich fett. Okay, jetzt muss ich mir merken, dass man hier runterfällt, im schlimmsten Fall. Hm, es ist nichts. Hallo? So. Es ruckelt sich einfach nur noch, ich ruckel mir jetzt hier noch das Speedrun ab. Hast du mal den Sound da gemacht, vom Stream? Hm? Mach mal kurz den Sound vom Stream. Das ist so schlimm wie es hier ruckelt. Oder ruckelt es nicht im Stream? Oh, ist der eklig. So heftig. Hast du es kaputt gemacht? Keine Ahnung, was passiert ist. So, Miniboss, bitte. Ja, Miniboss macht mit, glaub ich. Ja, extrem guter Miniboss. Ist auch gut. Ich glaub ich müsste der Emulator immer neu starten, aber das ist jetzt blöd. Ich bin eh gleich fertig. Ey, Alter, es steuert auch nicht mehr richtig. Ich hoffe, ich krieg den eines Deutsch noch hin, bevor es dir ganz am Arsch geht. Eigentlich kommt es jetzt echt nur noch auf der eines Deutsch, aber in der Post. Eigentlich kommt es jetzt echt nur noch auf der eines Deutsch, aber in der Post. Ja. 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 Oh Mann, so geht's. So ist's doch heute schon total blöd. Okay, ich hab's dort. Alter Spiel, was geht mit dir ab? Äh, in irgendeiner Katzen überspring ich den Split. Was kann man machen? Ich glaub mit der Katzen gleich zum Miniboss. Äh, zum Boss mach ich. Was kann man mit mit dem zu sehen? Da bin ich nicht. Oh, halt dieser Sound. So, jetzt Split überspringen. Ich glaub der Emulator möchte einfach gern in den Neugestatt schauen. So, jetzt geht's der Emulator. wow das war schlecht ok läuft ganz ok weil ich echt nur nach 3 minuten oder was von saubern wenn überhaupt ja 2 bis 3 minuten ich hätte viel mehr zeit einsparen können oh mein gott ich hab der herzkontainer gesammelt ok ich merke mir hier kein B mehr drücken oh shit genau 3 minuten Vorsprung 2 2 2 3 Vielen Dank.